Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und damit auch Willkommen zurück zu Minecraft Bad Wars. Leute, heute Bad Wars Special. Wir spielen nämlich heute mal mit, ich hab Skillcover, was geht? Jojojo. Wir sind gerade auf der Pixel. Ich hab noch nie auf dieser Map gespielt, muss ich sagen. Da drüben ist Team Türkis. Die bauen ihr Bett mit Holz ein, aber das wird uns nicht davon abhalten, euch zu rasieren. Und zwar die Köpfe werden wir euch rasieren. Die da bauen sogar mit Endstone zu. Und wir, wir klicken hier einmal drauf. Wow. Nice. Ich glaube sogar, ich hab Skillcover, war schon in der Mitte. Gibt's hier eine Mitte? Wir sind irgendwie, ist das so eine Häuserstadt, glaube ich? Und wo ist die Mitte? Ist das Gebäude da in die Mitte, wo die Emeralds sind? Oder wo sind hier die Emeralds? Ich bin nicht so ein Profi, was High Pixel Bad Wars angeht. Wir spielen öfter mal mit Tops zusammen. Oh, wir bauen auch mit Endstone ein. Das ist sehr interessant. Ich spiele öfter mal mit Tops zusammen. Der sich hier wohl scheinbar angeblich, sagt er, immer auskennt. Aber irgendwie verliere ich mit ihm trotzdem einmal, warum auch immer. So, wir kaufen uns jetzt aber erstmal Sachen. Können die, glaube ich, sogar upgraden. Und uns einmal Blöcke holen. Und dann bin ich bereit, okay? Wir gehen Richtung Mitte. So, zack, hier. Ein Kompass. Oder zu den Gegnern, was halt auch ziemlich schlau wäre. Aber die bauen alle schon so krass ein, dass man da, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen kann. Ich würde sagen, wir schauen doch erst einmal, ob wir hier irgendwo Emeralds finden. Weil die sind, glaube ich, relativ wichtig, damit man hier gewinnen kann. Gehen wir mal schauen. So. Hallo? Emeralds, da! Ach, hier kann man zwischen... Ich kann man wirklich zwischen den Häusern durchspringen. Hier waren zwei... Ich glaube, mehr sind... Es sind die ersten Emeralds, die spawnen. Hier sind nochmal zwei. Das heißt... Oh, warte, da vorne sind sogar noch mehr. Okay, ich baue mal rüber hier auf das Dach. Ah, okay, geschafft. Nice, hier sind nochmal zwei gewesen. Und dann haben wir... Greift mir gerade einer an. Nein, das war nur... Ich glaube... Das war nur der falsche. Ich dachte gerade, da will einer auf mich einschlagen oder sowas. Acht Emeralds. Damit kann man auf jeden Fall schon was Schönes machen. Ähm, können wir eigentlich da rüber? Und dann vielleicht hier so ein bisschen runtergehen, ohne dass wir sterben? Ja, cool. Alles klar. So, wo war unsere Base jetzt? Hier in die Richtung, oder? Genau, hier ist ein Dia-Spawner. Das heißt, hier kann ich mir schöne Diamantos snacken. Das mache ich auch sofort. Was ist denn da los? Weiß ich nicht. Ich glaube, er geht zu Gegnern. Und wir müssen aufpassen, dass die Gegner nicht zu uns kommen. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Zack, holen wir uns mal die Sachen und können hier Upgrades machen. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Profi, aber Schwerter. Oh, wir können sogar Schutz kaufen. Ach nee, Moment, das ist... Das ist für Diamanten. Was kann ich mir denn von Emeralds kaufen? Ich weiß es doch nicht. Amor. Ich kann mir... Ah, ich kann mir Dings kaufen. Also Rüstung kann ich mir von Emeralds kaufen. Ich glaube, die Sachen macht man am besten in die Team-Chests, oder? Kann es sein? Ihr kennt euch ja bestimmt besser aus als ich. Macht man die in die Team-Chests? Ah, Gegner! Gegner! Ich kann ihn nicht schlagen! Ah! Was ist denn hier los? Hau ab! Geh weg! Dankeschön! Wo kam der denn hier? Ist mein Bett weg? Nein, der hatte keine Spitzsacke. Der Kollege, das war der Pinke. Der ist ohne Spitzsacke hergekommen scheinbar. So, alles klar. Kein Problem. Habe ich mir Rüstung gekauft. Guck mal, hier sind 14 Gold für Rüstung. Bitteschön. Und ich habe hier noch einen Diamanten. Ich weiß nicht, wo der jetzt herkommt. Keine Ahnung. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal schauen, dass wir entweder... Oh, warte mal. Wir könnten uns einen Emerald-Sperr holen. Was machen die da? Wir gehen mal... Oh, hier oben kriegt ihr mich nämlich nicht. Und jetzt beide runter! Zack und zack! Nein, oh nein, der eine lebt noch. Und? Nein, der muss sterben! Okay, okay. Und jetzt hier? Eins, zwei... Oh, wo... Oh nein, das schaffe ich nicht! Ich glaube, das schaffe ich nicht! Nein, lasst mich leben! Ach nein, der war noch eingebaut mit irgendwas anderem. Mit Holz oder sowas. Das Wett von Team Blau wurde zerstört. Blau war, glaube ich, neben uns, oder? Nee, das war türkis. Dann weiß ich auch nicht, wo blau ist. Warte mal, was ist jetzt mit pink? Das sind die Nasen von hier drüben. Die gehen da jetzt schon wieder lang. Kann ich dir nicht irgendwie... Der ist unter mir. Äh... Äh... Ja, bau ruhig ab. Bau ruhig ab und... Nimm das! Yes! Okay, jetzt ganz schnell hin. Jetzt abbauen. Komm schon. Hier das. Holz. Und das Bett. Tschüss! Haha, dankeschön! Alles klar, mehr wollte ich gar nicht. Äh, ich hatte nur Hunger auf Betten. Mach's gut! Ah! Runter mit dir! Batz! Alles klar. Ja, nice. Hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo der andere Pinke ist. Lebt er noch? Nee, der ist auf jeden Fall nicht hier. Wahrscheinlich ist er gerade dabei, uns er was abzubauen. Oh mein Gott, ich dachte das gerade wirklich. Oh nein, das ist aber nur mein Maid gewesen. Ah! Gehen Sie weg! Ich hab die Errüstung! Nehmen Sie sich in Acht! Ah, ich hab keine Gnade! Komm schon! Nice! Oh mein Gott! Der hat aber ganz gut ausgeteilt, der Kollege gerade. Hätte ich keine Dierrüstung, hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Zack! Einmal Richtung Base. Haben wir da jemanden? Achso, das ist unser Maid. Der passt nur auf, dass da alles korrekt läuft, würde ich sagen. Hier noch ein paar Dias. Und damit sind wir, glaube ich, relativ gut ausgerüstet. Acht Dias und... Ne, neun D... Warte mal, was? Hä? Wieso ist da ein Bett mit Wasser? Wieso ist da Wasser auf unserem Bett? Hä? Was macht denn das für einen Sinn? Wir haben eine Wasserrutsche. Wir haben eine Wasserrutsche in Bad Horse. Yeah! Richtig cool. Ja, cool. Na gut, dann lasse ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich weiß nicht, inwiefern das hier gut eingebaut ist oder nicht. Ähm, und wir gucken mal, dass wir uns ein paar Sachen holen. So, wir bauen das mal hier rüber. Team Rot lebt. Ne, Rot lebt nicht mehr. Was ist das für ein Team? Team Grau. Oh, da ist mein Mate gerade. Da könnten wir hingehen. Da könnten wir wirklich zusammen hingehen. So, warte mal. Das heißt, ich werfe mich einfach... Nein, die haben schon kein Bett mehr. Moment, wer hat denn jetzt noch ein Bett überhaupt? Was kann ich hier eigentlich noch machen, Leute? Ich werfe mich jetzt mit deiner Perle rüber. Ich hoffe, das klappt. Komm an, bitte. Ah! Ah! Nein! Nein, Leute! Ach, komm schon, bitte. Wieso? Wieso? Und mein Diaschwert ist weg. Und all meine schönen Sachen. Es war ein nicht ganz so Profi-Move gerade. Aber darüber mache ich mir jetzt erstmal keinen Kopf. Wer lebt noch? Gelb? Oh Gott, Gelb kommt zu uns. Ich glaube, kann es sein, dass Gelb zu uns kommt? Ich gehe mal zu Gelb. Wir gehen mal schauen. Oder? Wo kommen die denn her? Die kommen von hier. Hier ist Team Gelb. Wir können hier deren Dias einsammeln. Und da kommt der Gelbe. Oh Gott. Äh, bauen wir uns mal drüber. Und? Hier runter mit dir! Ja, nice! Und jetzt abbauen? Zack. Kommt schon, oh Gott. Oh mein Gott. Und das Bett. Habe ich's? Jetzt habe ich's. Nice! Oh mein Gott, Leute. Das war ja... Oh, da ist noch ein Gelber. Hau ab! Lass mich in Ruhe. Du hast nicht mal Diasrüstung. Was willst du überhaupt? Was willst du überhaupt? Okay, cool. Alles klar. Vier Dias haben wir noch über. Können wir uns davon jetzt nochmal ein Dias-Schwert... Oh, was haben die hier alles liegen? Oh. Feuerbälle? Goldäpfel? Ein Eisenschwert? Und sogar TNT. Ja, dankeschön. Das einzige Team, was jetzt gerade noch lebt, ist Team Grün. Und Team Grün steht da, glaube ich, in seiner Base. Wir haben Goldäpfel. Wir könnten jetzt eigentlich sogar zusammen da hingehen. Hier sind Dias. Einer zumindest. Ähm. Lass uns mal gucken. Die stehen einfach nur rum. Die stehen einfach nur rum. Dann gehen wir da mal rüber. Vielleicht können wir da ja irgendwas machen. Okay, so. Wir haben irgendeine Falle gekauft, glaube ich. Kann ich über deren Bett überhaupt Blöcke setzen? Ich glaube, das kann ich nämlich nicht. Hallo? Du da unten. Ich will nicht stören. Ich will nur dein Bett abbauen. Ich muss es tun. Bitte verzeih mir. Ah, hier kann ich nicht abbauen. Oh. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr gucken. Was haben sie getan? Okay, jetzt geht's wieder. Ähm. Zack. Eins. Zwei. Und. Ah. Drei. Da ist das TNT. Komm schon. Beide. Ich muss beide holen. Oh mein Gott. Nein, das schaffe ich nicht, glaube ich. Oh nein. Okay. Es war ein Versuch. Ich glaube aber, die sind jetzt ziemlich low. Wir gehen einfach nochmal hin. Wie komme ich da jetzt hin am besten? Ich habe keine Blöcke mitgenommen. Ich habe keine Blöcke eingepackt. Ich glaube, der Weg ist frei. Lass uns mal schauen. Ja, das Bett ist weg. Team Grün. Lebt noch einer? Oh oh. Die beiden. Die verfolgen ihn. Und das TNT. Nein, sie sind nicht gestorben. Ich dachte, das TNT nutzt vielleicht was. Warte, wie viel Leben haben sie? Vielleicht kann ich da ja hin. Und sie doch so einfach töten. Komm schon. Ah. Und. Einen haben wir. Und. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz schnell noch. Das muss klappen, Leute. Er schlägt mich mit der Spitzsacke. Und. Gewonnen. Nice. Okay, Leute. Das war es dann mit unserer kleinen Runde Bärenwurst. Oh Gott. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr. In einem neuen Video. Bis dahin. Und euch allen noch einen wundervollen Tag. Und. Hasta la pasta. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.